Kann mir jemand sagen, in welcher Stadt der Automat steht? Ich sag dir nicht nur, in welcher Stadt er steht, ich zeig dir sogar, wo er ist. Vorher hol ich noch Takis. Guck mal, wie viele Takis wir jetzt haben. Takis Nitro, Takis Crunchy Fajita. Aber die ganzen anderen Takis, die sind nicht für den Automat. Das wird geil, was wir machen. Haben wir jetzt vier Kartons Takis, die in den Automat reinkommen? Ich hab einfach den Schlüssel für den Automat vergessen. Aber es ging ja auch darum, wo steht der Automat? Hier ist die Gruner Straße. Hier ist Laufsteg der Friseurclub, der Friseur. Und genau dort neben steht mein Schmockimat. Wenn man in die Innenstadt kommt, kommt man direkt von da. Und hier ist dann der Automat. Und im Übrigen, man findet den Schmockimaten einfach auch mittlerweile in Google Maps, ja? Im Übrigen, in jeder Beschreibung schreibe ich Göttingen dazu.